Hallo liebe Zombie-Freunde, wir sind wieder im Universum von Land of the Dead. In der letzten Episode haben wir hier einen Gefangenen freigelassen, der uns jetzt helfen will und jetzt sollen wir ein Sniper-Gewehr holen. Da oben steht, Get the Sniper Rifle from Room 011. Ja, dann sollen wir da mal hingehen und ich muss wirklich daran denken, öfter mal die Mission da oben ganz zu lesen, weil am Kutzu lese ich nur den Anfang und dann denke ich mir, okay, jetzt sollen wir ein Sniper-Gewehr holen, dann gucken wir mal, wo wir es finden. Dabei ist das Spiel ja idiotensicher und es wird ja immer gezeigt, wo man wirklich hin soll, in welchen Raum. Oh, hier haben wir 010, dann wird der nächste Raum auch da vorne sein, wir gehen aber mal hier rein. Hier ist die... der Laden ist sauber, gucken wir mal hier rein. Irgendwie bewegt sich die Maus heute ganz komisch alles. Ich hoffe, das ist für eure Augen nicht zu gescheuert, für meine Augen ist es scheiße. So, mache ich das da oben mal weg. Kann ich eigentlich springen? Ja. Was ist denn hier los heute? So, nix drin. Ah, voll? Das ist doch scheiße. Was haben wir denn an Munition? Wir haben zwei Granaten, wir haben die Axt, wir haben, lade ich mal nach, 23 Schuss fürs Gewehr, wir haben 42 für den Revolver, wir haben 45 für die Glock und neun für die Shotgun. Dann nehme ich erstmal den Revolver, da haben wir erstmal genug Power. Dann gehen wir mal hier lang. Was ist denn das hier? Das ist ja nervig. Das ist sehr komisch. Kann ich da durchschießen? Ne. So. So, den haben wir auch mal mit der Axt kaputt. So. Denn jede Kugel zählt. Ach, da ist das Sniper. Ach ja, das ist ja Raum 100. 0, 1, 0. Erstmal gucken wir hier, was hier so abgeht. Kisten, die Kartons. Das schwarze Brett. Verkauft jemand was? Was ist denn das hier? Das regt mich ja auf. Das ist genauso komisch. Naja, vielleicht ist das nur hier jetzt so komisch. So. Jetzt ist Sniper und find the SS Code in the computer. User Lab. Room 204. Das war ja klar. Jetzt müssen wir erstmal in den Computerraum und den Code für diese Anlage finden. 0, 1, 2. Energie haben wir voll. Und die Musik hatten wir auch schon mal an irgendeinem Level. Das geht nicht auf. Treppe hoch. Oder in welchem Raum war das? Ähm. Ähm. 2, 0, 4. War das jetzt geradeaus oder hatten wir den schon? Na, ich gehe erstmal geradeaus. Treppe hoch. Was für eine Waffe nehmen wir denn jetzt mal? Ach ja, Revolver. Da haben wir ja genug. Oh. So, der geht die Tür auch noch auf. Ja. Und nachladen. Oder ich muss mir mal ein neues Mauspad kaufen. Ob das was bringt oder allgemein eine neue Maus. Ich habe ja gar keine Gamer-Maus. Ich habe ja nur so eine normale, irgendeine Laser-Dingsbums. Ich war ja lange nicht am Zocken. Habe sämtliches andere Zeug gemacht. Oh. Na dann. Da. Nochmal. Hüah. Hey. So. Geht doch. Da liegt was zum Einsammeln. Verschlossen. Kann ich auch von dieser Seite nicht öffnen. Oh, hier ist es wieder. Ein Schubladen-Paradies. Aber alle leer. Oh. Ja, hier gibt's nix. Toll. Zeitverschwendung. Ach so, ein Hammer. Nee, den nehmen wir nicht. Die Axt ist beste Nahkampf. Oh nein. Oh nein. Ich nehme mal... Hier eine schöne Granate reinfessern. So, hier komme ich nicht durch. Schlag mal nach. Dann haben wir hier wieder... Energie brauchen wir nicht. Alles leer, alles leer. Na gut, wir hatten ja Energie, aber die brauchen wir nicht. Die Energie kriegen wir ja immer, wenn wir sie nicht brauchen. Und wenn wir welche brauchen, gibt's keine. Okay, alles leer, so. Da blinkt was. Das ist der Computer, wo wir hin müssen. Ja, 204. Oh, die Luft ist sauber. Äh, die Luft ist rein. 205. Checken wir mal die Lage. Ach, die haben wir ja tot gemacht. Dann plündern wir mal die Schubladen. Aber auch wieder nix. Oh, wieder so viel hier. Immer auf der Suche nach dem gewissen Etwas. Auch wenn's nicht da ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Hier ist Totentanz. So, die können wir... Da können wir gleich raus. Die ist hell, die ist dunkel. Was bedeutet das? Wie können sie aufmachen? Oh, hier hat tatsächlich jemand solitär gespielt. Das wird aber vom Gehalt abgezogen. Diese Zeit wird vom Gehalt abgezogen. Das ist unfassbar. Da auch noch jemand. Diese Schweine. 7, 6, 9, 2, 4. Hm. Okay. Soll ich wieder da zurückgehen und diesen Käfig aufmachen? Äh. Ach, da unten steht's jetzt. 7, 6, 9, 2, 4. Brauch ich mir gar nicht merken. Kann ich gehören ausschalten. So, hier können wir aufmachen. Müssen wir da nach unten? Das war unten, ne? Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich lang. Dann gehen wir jetzt runter. Laden wir mal den Revolver nach. So. Ah, ne. Das war auch nicht. Hier war's. So, aber ich will jetzt endlich mal so ein scheiß Ding haben. Was soll ich mit dem Snipergewehr? Ist doch scheiße. So ein cool, ey. Noch kein Camper, der irgendwo nur am snipen ist. Get to the roof. Okay, jetzt müssen wir hoch aufs Dach. Fünf Schuss. Haben wir drin. 100 haben wir noch. Ach, du meine Güte. Ach, ne. Also, zoomen können wir nicht mit dem Sniper. Scheiße. Äh, 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 äh. So. Da, jetzt aber mal. So. Also, wir müssen immer wieder neu die ins Visier nehmen. Wow. So, gehen wir mal da rein. Aber eh, ich mach jetzt noch den hier. Oh, scheiße. Ne. Wir sparen uns diese Munition auf fürs Dach. Wer weiß, wie viele Zombies wir da abmetzeln müssen auf der Straße. So, der ist kurz vorm Platzen. Der ist außer sich, der Kerl. Irgendwas pisst den extrem an. So, der hat noch Zuckung. So. Alles wird gut. Gehen wir mal hier rein. Ne, hier gibt's zum Glück nix. Ne, da scheiße ich doch drauf. Die lassen wir mal. So, und hier rennen wir mal hoch. Um ein bisschen zügig voranzukommen. Aber dann ist er ja... Ähm, irgendwann außer Atem. Du kannst mal die Arm wegschießen oder Hand? Ne. Jetzt in den Po. So. Dann eben so. Ja, ja, ja. Nachladen. Oh. Hm. So. Auch nochmal nachladen. Und dann gehen wir einfach gerade aus. Ach ja, da hast du ja nur den Hammer. Oh, falsche Taste. So, jetzt hast du ihn weggeschoben. Hihihi. Aber das ist ja nur einer. Den wollen wir ja immer mit der Axt machen, dann. Arm verloren. Oh, da haben wir mehrere. Da hab ich ein Geschenk für euch, ihr räudigen Hunde. Friss das. Oh, die hat ja Glück gehabt. Oh, die streut ziemlich. Geht das hier auch? Nein. Ach so, das war das. Dann gehen wir weiter. So. Eine Lesestunde. Ich weiß gar nicht, wie unser Kerl hier heißt. Wie heißen wir denn? Oh, Molotow Cocktails. Die stecken wir mal ein. So, ach ja, jetzt können wir hier wieder durchsuchen. Ach, jetzt könnte ich die Revolver-Munition von da unten einsammeln. Oh, das war, glaube ich, gerade für Rücklock. Aber ich hab keinen Bock, jetzt nochmal runterzulaufen. Energie. Äh, so. So, das hier haben wir. Dann um einmal nachladen. So, links geht's ins Treppenhaus, wie es auch... Hey? 209. Ach, 209 ist verschlossen. Ist das Schild nicht verkehrt? Oh, was auch immer. Ah. So, Otis heißt der Kerl. Dann wollen wir mal gucken, von wo rennt der los? Ach, wenn wir mehrmals darauf drücken, dann zoomt er. Ach, da ist er. Jo, ich seh dich. Ach, da ist einer. So. Da. Oh. Ah, Otis. Ups. Verdammt. Scheiße. Press fire. Du könntest... Äh, load game. Äh. Sniper. Headshot. Headshot. Ja. Sniper rifle. Auto. Machen wir mal Headshot. Machen wir Headshot. Ja, sind wir richtig. Ja, Otis. Ja, bin ich. So, ich versuch alles besser zu machen diesmal. Ja, ich seh dich. Ach so. Oh, nachladen. Ach, Magazine sind das? Headshot. Oh, mein Gott. Mann. So, den haben wir. Alter. 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 Oh. Oh, guter Schuss, Otis So Und noch welche? Wo muss der denn hin? Yeah Yeah What? Achso Was? Scheiße So Mal fix nachladen Haben wir hier noch Munition Ist voll Jetzt haben wir hier eine Treppe Muss ich hier noch irgendwo hoch? Ja, da kann ich hoch So, Otis ist die Der ist sauber So, schnell hoch Ja, mach ich Oh Verdammt Oh nein Jetzt geht er nach Kommen hier welche? Nee Oh, da kann ich noch Oder was? Ups Nein Hab ich den grad angeschossen Oder was? Du meine Güte Du meine Güte Headshot Achso, war da War die erste Welle Jetzt schon erledigt? War da Ja Alter Alter Oh nee Oh, scheiße Peinlich ist das ja Oh, der frisst Der hat da sogar Krass Krasser Scheiß Krasser Scheiß So Aber mittlerweile Ist das peinlich Ja, ich bin halt kein Super-Schecker Geh nur mal hier hin Oh, scheiße So So Ein Schuss in den Hinterkopf Erhöht das Denkvermögen Oops Oops Ups Oop Ups Oh.